2021 22 städtom bundesliga peter box case number one teams sind auf der rechten seite danke alles mitmachen wir haben zwei serials die listen habe ich hier also jeder weiß glaube ich welche nummer er aber hat viel glück an alle hoffen wir das richtig fettes ziehen ok also bundesliga die boxen so schwer hier we go Próxima eins Stay in the bathroom Oh ein auto ich schau mal wie das erste Case wird, wenn es gut wird könnten wir noch ein Case machen oh, es gibt wieder ein Fahrradbild, geil viel Glück, start mal durch here we go ich mag ja die Bilder manchmal, ne? ich lese jetzt nicht alle vor ich packe jetzt auch nicht direkt alle in Sleeves Asano, auch cooles Bild wenn die Kamera auch heute mal mitspielen würde das wäre super, vielen Dank Macron ist, äh boah, die Glänze ist sehr extrem aber ich mag die Bilder sehr cool, Bellingham, geiles Bild immer das Haarland mit drauf, ne? alright, Refractor geht an Simon Zoller und Bochum auch geil Niacate für Mainz Fabian Kloos Ekelenkamp Max Ajax Bensovaini für Gladbach oder ist die erste Parallel hinter Giurina auch ein cooles Bild äh, Moussa Diaby fängt ja gut an auf 2,99 111 von 2,99 Leverkusen Stadium Klopp ist ein geiles Set, oder? Bäcker für Union mit dem Fahrrad sehr cool äh, Sosa für Stuttgart wir haben Caligiuri auch geiles Bild auch sehr cool André Silver also die Bilder sind echt geil guck mal hier Christian Günther für Freiburg tolle Bilder Alright, Rookie das ist, äh, ein Insert, ne? Ja, Arne Meier für Augsburg Insert Rookie äh, David Raum Rookie das lieben wir mal ähm, denkt dran wir haben ein Hit Draft das heißt, äh, für Hoffenheim den Hit Draft ähm, mag der aus den ersten Pick also sollte jeder vielleicht sogar in den Raum abbringen wer weiß äh, Meierhöfer Rookie für Fürth Modest, geil, mit der Mütze für Köln sehr cool äh, Hofmann äh, Afonso Davies für die Bayern und Refractor Insert geht an Cedric Brunner für Bielefeld äh, Zentner für Mainz äh, Mangala für Stuttgart stark wir gucken jetzt mal ein paar durch Hasebe für Frankfurt äh, Daniel Marlen für Dortmund Rest und parallel Jäbeling für Fürth Green Electric Green glaube ich heißen die auf 175 limitiert Kreuzer Fürth sehr cool schöne Karten dabei Knoche im Urlaub äh, Endo für Stuttgart Rees Oxford für Augsburg und, äh, Sowos Leib für Leipzig Patrick Schick und Wautow Wächerhorst auch gutes Bild was anderes nummeriert auf 2,99 für Wolfsburg äh, Barreiro wir haben auch ein geiles Bild äh, Jung für Fürth also die Bilder sind echt geil ich, ne ist, äh auf eine Art ein bisschen verrückt aber irgendwie auch so total cool Refractor St. Juste für Mainz Kevin Vogt Pieper Zoller Moukoko für Dortmund und, äh Beas Rookie für Stuttgart und Green Electric Thielmann für Köln nummeriert auf 199 Florian Wirtz äh Lasme Rookie wir haben, äh Dorsch Rookie Schaverschlager Griefer und Orange die auf 25 Irgota für Fürth Nein, das ist nur die normale Orange Electric Kräuter Fürth Schönes Produkt gefällt mir echt gut Äh, Hoffenheim lege ich aufs Seite falls ich Hoffenheim übersehe wegen der Nummerierung sag nochmal Bescheid St. Justey Beas Rookie Äh, Lubicic Rookie Frostberg Ja, wir haben Oh, das erste Auto für Hoffenheim natürlich Marco John für Hoffenheim für Hoffenheim ist es nummeriert es ist nummeriert und es ist die Black die ist auf 10 wow es ist Black auf 10 Moment, ich brauche mal eben so'n ja, die ist auf 10 sehr cool also hoffenheim erstes Serial ähm sorry wer nicht weiß wie es funktioniert wir sehen sie jetzt gleich äh, wir gucken welche Nummer links steht und dann äh, vergleichen wir uns in unserer Liste also also so hier we go serial nummer hoffenheim 10 und wie ist die Nummerierung wieder eine 10 geht an die serial nummer 0 10 von 10 10 ist Turbo Glückwunsch Thomas 10 von 10 Auto leider nicht dafür drauf das wäre natürlich geil gewesen ne also 10 von 10 First Black Auto so all right weiter geht's äh, Dominic Chor für Mainz Julian Green äh, Riemann für Bochum auch cooles Bild äh, Mekka wir haben Thomas Müller auch geil und Bellas für Stuttgart auf 199 Rookie und dann haben wir Grilic Nilsson Ricardo Pepe Palacios Gold Nilsson und Gold für Grillig und Hoffenheim jetzt läuft's aber nummeriert 11 von 50 geht als Serie Nummer 1 und das ist Mark Grillig Hoffenheim Serie Nummer 1 Mark und die 1 ich pack mal hier hin äh, Kusuno wir haben Neuhaus Dardai dann haben wir Joe Scali für Gladbach Eggestein äh, Duda für Köln Insel wir haben Friedrich Thuram und Andersson für Köln äh, 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 Jens-Peter Hauge Refractor für Frankfurt Baumgartner ähm, ähm, Lebeling Rookie wir haben Danny Blum für Bochum Dani Olmo für Leipzig Haaland ist die normale und dahinter kommt eine Green Haaland geht ins Hitdraft Green äh, Kone für Gladbach nummeriert auf 99 passend zur Gladbach Farbe Araguchi Ortega wir haben Toussard Vranks Diaby Insert ist Grifo für Freiburg nicht nummeriert äh, Ooniji Kone Rookie äh, Odokai jetzt drehe ich so um die nächste ist wieder falsch rum pass auf na ja klar äh, Grifo Refractor für Freiburg Max Kruse äh, Kaladzic Niederlechner geil Konrad Leimer lieblich cool im Go-Kart für Leipzig sehr cool Neuer und Mekka für Wolfsburg äh wieder rief anders aus ist das ne gibt's noch neue die unnummeriert sind wovon ich nicht weiß ja ist doch immer so ne den keiner will der wird dann wie oft hat man das schon letzte Team was frei ist die räumen völlig ab oh ich brauchst du mal zwei erstes immer ein bisschen ruhiger durchgegangen ich werde es ja nicht zu sehr in die Länge ziehen also dreht im Kopf die Fälle wenn wir jetzt mal wieder alleine schon von den Fotosetettings da wie oft bin ich in Produkten wo immer das gleiche Fotosettings da ist nur in einem anderen Winkel oder weiter weg oder angesoomt oder auch immer immer diese gleichen Bilder das ist echt ein bisschen nervig deswegen mag ich Stadium Club ich führe mir gut ein Box Nummer 2 gut ich glaube das ist der B.A.S. Boateng Fußballtennis auch geil Baku Lewandowski und hier ist der Florian Wirth das ist kein Refractor ich weiß gerade nicht wie die heißen ehrlich gesagt muss ich nochmal nachgucken Wave einfach nur Electric Wave die normalen sonst gab sie glaube ich nicht als normal deswegen war ich ein bisschen irritiert Auge wir haben Reus Lucas Hernandez Refractor Bayern Nilsson Lovicic Forsberg einfach nur Wave oder? dachte ich mir Knoche für Union Purple nummeriert auf 2,99 Union Berlin Kosenow wir haben Neuhaus Riemann Mekka Thomas Müller und Inselt Maximilian Viertel für Wolfsburg nicht nummeriert Kremaric Dudziak Niederlechner Joe Scali Eggestein und Green Wave geht an Dani Olmo Leipzig nummeriert auf 175 Dani Olmo Niacate Klos Asano Leimer wir haben Manuel Neuer und Manuel Neuer Green nummeriert auf 199 Fahrradfahrer Becker Macron Bellingham Lieber Andersson Refractor Fülle David Robben Rookie Nummer 2 Hit Draft Stapel Caligiuri Pensuaini Girena Insert Daniel Marlen Dortmund nicht nummeriert Sentner Mangala Modest Silver Günther und Udukai für Augsburg nummeriert oder Normal? Normal Orange Electric Naraguchi Ortega ToSard Daniel Olmo Oh, da kommt das Auto Fernandes und es ist Ergota für Fürth Gold Auto 50 mich nicht alles täuscht 37 von 50 Für Gräuter Fürth weiter geht's Ne Udukai Vrangs Haaland Haraguchi Union Purple 299 Hintzapie Fugota Trapp Diaby Refractor geht an Kalajic und Stuttgart und Gold Florian Wirz Oh, Gold gefällt mir 50 Nice Unisivo Priete Kochab Auch ein geiles Bild Rebiger ist Rookie für Leipzig soll ja ganz gut sein Keitel und Kochab nochmal nicht nummeriert für Bochum Insert Knoche Endo Stark Hofmann Afonso Davies Mecha Refractor für Wolfsburg Wir haben Barrero Jung Oxford Hasebe Marlen und Green Keitel für Freiburg nummeriert auf 199 Stapelchen haben wir noch Kevin Vogt Pieper Thielmann Zobo Schick und Insert Duke Bellingham Insert nicht nummeriert Wirz Wir haben Lasme Soller Wechhorst Musiala Oh Haaland Refractor Hedraft ganz interessant für Nummer 1 Refractor Hose Kalajic Dardai Pepe Palacios und Trimmel sorry Union Insert Refractor Florian Wirz Go Refractor Auch ganz nett Ah jetzt das war Box Nummer 2 Ich muss mal ein bisschen drehen hier Ich packe die mal eben aufs Seite für den Hitshaft Ich habe Verneum Music Pische Hose 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. Alright, Block Nummer 3. Here we go. Heute, jetzt gehen wir ein bisschen flotter durch. Wir haben Green. Christian Günther für Freiburg. Numeriert auf 175. Green, Electric. Deutsch. Und Bellingham. Purple, sehr cool. Auf 2,99. 92 von 2,99. Sehr cool. Moukoko Refractor. Rest BVB. Und Inselt Mangala für Stuttgart. Übersehen hier. Oh, Auto. Na klar. Marco John für Hoffenheim. Blue Auto. Das gibt es doch nicht, oder? Random. Serial. Numeriert auf 79. Und zwar für? Zoom. Fokus. Los. Drama, Drama. Der will nicht. Da, es ist die Schwerzeugkette, die 9,99. Das ist 19, das ist echt schwer. Ne, 39. Der Print geht mal wie immer bei Stadium, ich glaube nicht so gut durch. 39 von 79. 39 von 79, die 9 ist Danny. Danny, die geht an dich. Schon wieder Hoffenheim, das gibt es doch nicht, oder? All right. Ähm, wir haben, ähm, Modest Green auf 99. Inselt Koulibaly für Stuttgart. Äh, Icon Fabian Kloos auf 50 Gold Refractor für Bielefeld. Fabian Kloos, 26 von 50. Und inselt Köln Thielmann. Nicht nummeriert. Weiter geht's. Und Ortega für Bielefeld. Blue. Blue. Ja, wie heißen die? Ich weiß es leider nicht. Auf jeden Fall Blue. Wird nicht nummeriert. Äh, Frimpong. Zelt für Leverkusen. Kette. Green. Knoche für Union. Nummeriert auf, ich glaub 99. 199, Entschuldige. Insert ist, äh, Rebiger. Für Leipzig. Nicht nummeriert. Refractor ist Baumgartner für Hoffenheim. Sorry, Hitcher. Und Orange, die sollte auf 25 sein. Eggestein für Freiburg. Und, die ist auf 25. 15 von 25 für Freiburg. Blue X-Factor heißt nie, danke dir. Es sind so viele neue Parallels wieder drin. Mein, bitte. Nur so, ey. All right, weiter geht's. Och, die kleben hier aber. Wir haben, wir haben Reiner und Skiri für Köln. Wave. Ähm, das hier nochmal. Das hier Refractor, sorry. Thielmann, Refractor für Köln. David Rom, Rookie. Ähm, Mangala für Stuttgart. Triple auf 2,99. Julien Green, 3rd, 3rd. Und Refractor geht an Baku. Voice Walk. Ähm, 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 ähm. Ähm, 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 ähm. Ähm, 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 ähm. Here we go, nächste Box. Wir starten mit Danny Bloom für Bochum Green Electric auf 175. Bochum. Purple geht an Zentner für Mainz auf 2,99. Yep. Patrick Schick, Refractor. Leverkusen. Insert geht an Dorsch und Augsburg. Oh, hier ist das Auto und zwar für... Britel und Bielefeld Orange auf 25, nice. Trosten. Britel Auto auf 25. Orange Refractor. 17 von 25. Wir haben auch noch nicht da. Sehr schön. Glückwunsch. Wir haben Lubitschitz für Köln. Green auf 199. Damit Raum. Inzelt ist, äh, SORES. Bochum. Wir haben Knoche für Berlin Union. Auf 75. Und... Donjon Mahlen. Inzelt für Dortmund. Köln. Köln-Inzelt, Kainz. Green Endo, Stuttgart. Auf 199. Hofmann für Gladbach. Inzelt. Nicht nummeriert. Refractor ist Beas für Stuttgart. Und Blue X-Fractor geht an. Hoffenheim, Kramaric. Sorry. Äh, nicht nummeriert. Geht in Hit-Draft. Und Wave. Nochmal Hoffenheim. Kevin Vogt. Auch für den Hit-Draft. Weil es nicht nummeriert ist. Florian Virtual Fractor. Purple Uni Zero für Mainz. Auf 2,99. Haaland. Hit-Draft. Rudi für Hoffenheim. Ist die nummeriert? Nein? Geht auch in Hit-Draft. Und Trapp Refractor für Frankfurt. Nochmal. Wenn der Schlüssel rauskommt. Ich bin ein bisschen zu schraubt. Normalerweise schraubt. Ich habe es sehr gut gemacht. Das war's. wir starten mit ortiga für bielefeld 175 günther purple 290 für freiburg eiken oliver baumann für hoffenheim und kotzer inzelt für bochum rookie auto anton stach für mainz nummeriert auf 99 32 von 99 meins leipzig nummeriert auf 199 wir haben trimmel union inzelt und green ist aber ein kloser bielefeld auf 75 hofmann für glattbach man gala blut x-factor für stuttgart nicht nummeriert angelino leipzig bellingham nice green nummeriert auf 199 palacius refractor ist baumgarten auf hoffenheim und wave hackling kam für härter Refractor geht an Thielmann und Köln, ja bisher ja, da wird Raum, Purple geht an Nebeling für Fürth auf 2,99 Euro, Saraguchi für Union und Refractor geht an Rieter Baku und Wolfsburg. Na, solange die meisten Karten gleich sind, sollte es ja gehen. Ich poste es einfach bei Facebook, dann können wir da nach der Reihe draften. Muss ja nicht heute direkt am Break auf. Vielen Dank. Das war's für heute. weiter geht es wir haben green alphonso davis auf 175 purple asano für bochum auf 2,99 refrector ist friedrich für glattbach sebastian rudy blue insert und alphonso davis insert david frauen rookie wave is julian green wir haben refrector rebiger leipzig neuhaus purple auf 2,99 und on your marlin insert da kommt ein auto klimovitz für stuttgart auf 79 limitiert 78 von 79 stuttgart wir haben andres silber leipzig green auf 9,99 refrector rys oxford für augsburg und gold lacan für wolfsburg auf 50 bayers insert lacan für wolfsburg auf 50 gold refractor refrector rys julian green refrector rys julian green zoller für bochum auf 199 insert labelling führts musiala refrector und orange geht an grillich in hoffenheim auch nicht nummeriert auf den hit draft die hälfte haben wir die hälfte haben wir die hälfte haben wir die hälfte haben wir mittlerweile alle gemischt mit europa league captain league comfort league obwohl top chrome glaube ich nicht ne aus die 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 Okay, hier geht's. Exerbox. fuchs hoffenheim serial nummer 6 26 ist habibo geht an dich purple ist barero für mainz 299 und auto nice muster diaby habe ich immer spaß gesagt guck mal wie schlechtes gekottet ist graden lassen sollte man ihn nicht aber trotzdem sehr geil muster diaby auto mega freue ich mich sehr schön du musst gehen muss dominik kooper für mainz auf 299 da betraut brenner der brunner für die welt kaitl für freiburg wo kommt denn der husten auf einmal hier grill ist hoffenheim wieder hitdraft weil nicht nummeriert pinzer für fürth meyerhofer julian green für fürth genau ich behalte die auch auf 199 ist die wieso auch nicht philip biaz reflektor stuttgart und barock auf 50 gold reflektor frankfurt fahrzehn von 50 gut reflektor Friedrich, ich will Gladbach, jetzt habe ich alle auf den falschen Stapel gelegt, ne habe ich nicht. Kostunow, Refractor, Leverkusen, Kassebe, Frankfurt, 290, Ravigan, Refractor, Kevin Trapp, Poli, Luftgeist, Kassebe, Frankfurt, Kassebe, Frankfurt, 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 Bekirchen, Das war's für heute. Untertitelung aufgrund der ZDF. All right, nächste Box. Green ist Duziak, führt auf 175, wir haben Barrero für Mainz auf 199, The Fractor geht an Kreditsch, Hit-Trap wir hoffen ein. Hier liegt der Stark Refractor für Härter. Und Auto ist Raphael Borre. Ist das Gold? Es ist Gold auf 50. Europapokal. Frankfurt. Kommt immer mal ein Gurt da weg, packen wir dann Frankfurt da drauf. Anders so ein Purple, Köln auf 299, Refractor ist Franz und dahinter kommt Udo Kai für Augsburg Gold auf 50. Und eine Meier. Insert ist Tiermann für Köln. Musiala, ich dachte die wird nummeriert, schade. Orange Electric, nicht nummeriert, trotzdem nice. Refractor geht an Trietl und Bielefeld. Boateng, Härter auf 99. Genzer geht an Kampel für Kampel für Leipzig. Refractor ist Daniel Marlon. Joe Scali für Gladbach Triple auf 299. Orange auf 25 wahrscheinlich. Hinter Grifo geht an. Hauge auf 25 Frankfurt. Jetzt haben sie wirklich einen Lauf. Jens Peter Hauge. 12 von 25. Habt ihr das sehen gerade? Ja. Sehr cool. Glückwunsch. Und da ist einer runter. Frimpong, Refractor. Und Palacios, Wave. Ja. Stimm. Auf der Zeit. Und da. Das ist ein Kampel. Und da 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 ist die Kampel. Hauge auf die Kampel. Spannungsgelade Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Nächste Box, wir starten mit Green, Toussaint für Härte auf 175, nochmal Green, diesmal Jung für Fürth, die ist auf 199, Refractor, Alfonso Davies, Bayern, Insert geht an, Duda für Köln, Green, Auto, Prömmel für Union, auf 99 limitiert, Union Berlin, wir haben Keitel für Freiburg, Purple auf 299, Martin, und Close Gold auf 50, habe ich eben schon Close, auf 50 für Bielefeld, wir haben Eggestein, Wave für Freiburg, Koulibaly, Gipnofraerlands, und Onisigo für Mainz, Green auf 199, David Raum, nochmal David Raum, also das Raum sollte ich ja ausnehmen, wenn ich nicht nummeriert bin, Rookie, nicht nummeriert, in den Hit-Draft, und Modest, Köln, Refractor, wir haben Pepe, Augsburg, Wave, Refractor ist Core für Mainz, Hofmann für Glaubbach, Pöpfel, auf 299, Insel geht an Stuttgart, Mangala, und Refractor ist Gotha für Drei Boxen haben wir noch, Ja. Äh, die 9. Schwer zu erkennen, aber es ist 19 von 39 von 79. Der nie war das. All right, here we go. Wave, Asano für Bochum, Refractor ist Günther für Freiburg, Palacios Purple für Leverkus auf 2,99 €, Insert für Freiburg, Keitel und Riemann für Bochum, Green auf 199 €. Kunet, Refractor, Gladbach, Boateng, Orange, Kevin, Trapp, nicht nummeriert für Frankfurt, Orange Electric Wave, Kainz. Auto, Serra für Bielefeld auf 79 €. Serra für Bielefeld. Mal mit Thorsten. 15 von 79 €. Zurrahm für Gladbach Purple auf 2,99 €. Ein dicker Refractor. Krillic Hoffenheim, die ist nummeriert und die geht an Serial Nummer 3, 3 ist Thomas B. Palacios. Refractor ist Cali Jewry und, uh, die sind gut aus, Dahoud. Dahoud, uh, 3 von 10, Red. Dahoud für Rest BVB. Sehr cool. Leider falsche Spieler ein bisschen, aber, na gut. Damit Raum, Rookie. Green, Baku. Für Wolfsburg auf 99 €. Julien Green, Insert. Und Leimer. Leipzig, Go-Kart auf 175 €. Fragter ist Olmo für Leipzig. Und noch eine Green. Und zwar für Grillic noch Hoffenheim, wieder Serial. Serie Nummer 8. 8 ist Steffen. Ja echt, ne? Haben wir zumindest das Gefühl. Das ist Steffen. 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 Gassen. Und jetzt lasst Du los. Zeit. Zwei Boxen noch. Oh, direkt das Auto. wie wärs mit mark ut und köln freut sich der mark nicht nur maria mark ut für köln nilsson für bielefeld auf 299 afri lino green ist zu ramm für glattbach auf 75 rudy und aron martin auf 50 gold meins gold refractor und lewandowski auch sehr ruhig um ihn auf 175 sowohl für leipzig auf 199 ecklenkamp refraktor härter und pepi haarlands wave ist bejas stuttgart refraktor ist für mainz ohne siebu skiri für köln 299 hofmann für glattbach und refraktor ist und ortega für bielefeld schlager nicht nummeriert du x factor wolfsburg david raum rookie so es insert alfonso davis green auf 99 haraguchi insert und haraguchi fraktor versichert bis jubeln spritz fach 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 Das war's für heute. Untertitelung im Auftrag des ZDF. All right, here we go, last box, let's see, Eklinkam, Hertha, Blue X-Factor, die sehen eigentlich schon cool aus, gefallen mir auch, Lacron, Insel für Wolfsburg, zwei von denen gehabt bisher, Case, Alfonso Davies, Cruiser für Union auf 99, Barco, dann haben wir Refractor Abunigi für Union und Bellingham Wave, nicht nummeriert, Refractor Neuhaus, die Gladbach, Riccardo Pepe, Augsburg, purple to 2.99, all right, Labeling, insert, on Dorsch, Refractor für Augsburg, all right, last guys, schauen wir mal, Eklinkam nochmal für Hertha auf 175, Hauge, Green, Frankfurt auf 199, Forsberg, Refractor, insert is Hector für Köln, Lee, insert, und Jonas Hofmann, Auto für Gladbach, auf 99, nice, Jonas Hofmann für Gladbach, kein Haarland Auto, schade, Deutsch für Augsburg, purple, 2.99, insert is Maya Pfeffer, und Skiri für Köln, Green, Electric auf 75, und das war die letzte Karte, Kevin Kampel für Leipzig, das war's für's Case, gutes Recaptional, von dem besseren Netz, Hofmann Auto für Gladbach auf 99, Martin auf 50, Wood Auto für Köln, Seara Auto für Bielefeld auf 79, Kloß, sorry, Kloß auf 50, Prömmel Auto auf 99, Hauge auf 25, Udukay auf 50, Rigotta auf 50, Auto, Barock auf 50, Grillic auf 50, Lacroix auf 50, Klimowitz Auto auf 79, Stach Auto auf 99, Prietel Auto auf 25, Eggerstein auf 25, Fabian Kloß auf 50, dann hatten wir Florian Wirtz auf 50, Gold, Auto auf 10, Marco John für Hoffenheim, wir hatten auf 10, Dahoud für Dortmund, und Marco John auf 79 für Hoffenheim, wir hatten ein Auto auf 50, Borre für Frankfurt, und ein Auto für Musa Diaby und Leverkusen, nicht nummeriert, oder die Nummerierung fehlt, und wir sehen sie gerade nicht, weil das Cut am Ende ist ein bisschen mies. Ja, ich hab nicht, alles gut, ich hab nicht alle, äh, auf den Stapel gepackt, alles gut, also es waren noch mehr Hits, aber ich hab jetzt nur die, die ich auch getopploadet hatte, es waren noch mehr Hits auf jeden Fall, Berlingham auf 199, ein paar Berlinghams dabei, also, ich schau mal eben durch, was wir noch an Hitdrafts hatten, noch ein paar Sekunden, also, bei Haaland wird das sehr einfach, eins, zwei, drei, eine Refractor, Die geht wahrscheinlich an den ersten Pick. So, für Haaland, schau mal eben. Nicole, du hast die erste Wahl. Ich denke mal, dass du den Refractor nimmst. Anderes macht ja keinen Sinn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jeder Platz kriegt eine Haaland Base. Ja, genau alle 10. Also jeder kriegt eine Haaland Base bis auf Platz 1. Nicole, du kriegst die Haaland Refractor. Dann ist das nämlich auch schon easy geklärt. Nein, die ein Auto war auch nicht nummeriert. Das Uth Auto war zum Beispiel nicht nummeriert. So, jetzt muss man eben schauen. Für Hoffenheim. Hoffenheim, Hoffenheim. Da hatten wir 1, 2, normale David Raum, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Den 11 mal David Raum, Base Rookies. Ja, aber Refractor, Extractor, Wave. Insert war nochmal. Das machen wir mal hier. Insert. Refractor. Andere Farben. Refractor. David Raum Refractor. Also, von Hoffenheim haben wir 11 mal David Raum, Base. Wir haben 2 Blues, Grillic und Kramaric. David Raum, Rookie, Insert, Refractor. Also steht nicht drauf, aber das sind ja alle Refractor. Grillic, Refractor, Baumgartner Refractor. 2 mal, Vogt, Wave, Grillic, Orange, Electric Wave, nicht nummeriert, Baumann, Insert, Refractor und Sebastian Rudi, Insert, Refractor. Meine Güte. Also, Marc, bist du da? Marc, du hast den ersten Pick. Wenn du da bist. Wir haben 11 mal David Raum. Dann haben wir Grillic und Kramaric, Blue. David Raum, Rookie, Refractor. Aber, ja, Refractor, letztendlich. Grillic, Baumgartner 2 mal, Vogt, Wave, Grillic, auch nicht nummeriert, und zwar Insels. Okay, danke, jetzt so was. Also, jetzt muss ich mal schnell gucken, wenn es mir geschrieben wird. Marc nimmt David Raum, Insert, Refractor. Die hier. Seht ihr was? Ich muss mal ein Bildschirm erinnern. Ja. David Raum, Insert, Refractor, geht an Marc. Okay, Nummer 2 wäre, Turbo, Turbo war's egal. Dann gebe ich ihm, ähm... Ich gebe ihm die Orange. An 3 ist Thomas B. Thomas B, bist du noch da? Wir haben 11 mal David Raum, Base. Wir haben Grillic, Blue, Extractor, Kramaric, Extractor, Grillic, Refractor, Baumgartner, Refractor, nochmal Baumgartner, Refractor, Vogt, Wave, Baumann und Rudi. Vielleicht bist du da und kannst was nehmen. Danach ist Danny. Okay, dann kriegst du eine Base, okay? Eine Base für Thomas. Danny, du bist dran. Falls du noch da bist. Wäre natürlich super. Denk dran, das ist ein Snake Drive. Das heißt, ab Platz 10 geht es wieder rückwärts. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Ja, alles klar. Mach recht. Achso, die Wave. Die Wave, die hier? Das ist die einzige Wave, die wir haben. Danny. Ich bin nur sicher gehen. Okay. Dann bin ich, ich nehme, äh, ich nehme einfach Grillic, egal. Ja, alle sind im Best Western morgen. Ich denke mal, ab morgen Abend, so 7 Uhr oder so, sind wir wahrscheinlich alle da. Wer ist dran? Habibo. Wir haben eine Blue. Refractor, Refractor, Refractor. Insert Refractors. Oder David Rombay. Blue, okay. Dann ist dran, Steffen, bist du noch da? Du hast zwei Picks. Danach wird Danny noch mal. Ich weiß nicht, ob Steffen noch da ist. Und sonst pick ich zweimal für Steffen, weil, okay. Ich gebe dir zweimal David Raum, ja? So, dann ist, äh, Danny dran. Danny. Wir haben noch zwei Incels und drei Refractor und ein paar David Raum Base. Icon. Alright. Ähm, Turbo, war es egal. Ich gebe dem noch einen David Raum. Er ist ja zweimal, dann kriege ich ja zwei David Raum. Alright, äh, Danny, du bist dann wieder dran. Rudi, die Baumgartner, Baumgartner oder Grillich. Refractor oder David Rombay. Rudi. Gut, ähm, dann gebe ich dir nochmal zwei David Raum. David Raum, Steffen. Habibu, du bist. Wir haben noch Grillich Refractor, zwei Mal Baumgartner Refractor. Und noch David Raum Base, vier Stück. Also Habibu ist auf jeden Fall jetzt, danach bin ich. Baumgartner. Und dann nehme ich auch mal eine Base, äh, David Raum. Dann ist dran Danny nochmal. Grillich, Baumgartner oder dreimal David Raum. Danach ist Thomas. Äh, nochmal Baumgartner, okay. Thomas, Raum oder Grillich? Refractor, Grillich. Raum, okay. Ähm, Turbo ist es. Weißt du, egal Leute, gesagt, auf jeden Fall die Dinge. Das war da. Okay, dann gebe ich eben eine Grillich. Dann kriegt, äh, Mark ein Raum. Und, Mark, noch eine Raum. Ja, geht's ja wieder hoch. Okay, das war's. Also, danke an alle fürs Mitmachen. Ähm, ich schau mal, ob wir noch einen Break machen. Ähm, ein oder so viel bringe ich die Karten mit morgen. Ansonsten, äh, sehen wir uns vielleicht am Wochenende. Okay? Also, ich bin raus. Danke an alle fürs Mitmachen. Hopp, die nächste Zeit. Auf, bis.